das war die vielleicht sehen wir die ja noch wieder arsch dunkel hier trotz lampe war toll die Tür ist zu da liegen ein paar Dosen rum hier war so ein scheiß Affe dann nicht den brauche ich wieder für irgendwas ähm wo geht es denn hier weiter also bewegen kann ich das Ding schon mal nicht so 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 Ah, den kann ich wegschieben und dann kann ich einfach mal mitnehmen. Oh, okay, da ist er wieder. Echt fiese Gestalten, aber so schön ist was anderes, aber guck mal hier, keine Lampe hier. Nee, hier ist keine Lampe, komm jetzt da hoch. Hier vielleicht? Ja, da komme ich hoch. Man muss ja mal lang schleichen hier. Eieiei. Ich muss aber schon da hoch. Kann ich schon Apfel da hinschmeißen? Hallo. Schmeißen. Komm, hier rüber. Kann ich hier nämlich hoch. Oh, scheiße. Komm, hier hoch. Die Dinge wegschieben. Wo geht denn jetzt hin? Ich wollte sonst nichts mehr. Nichts mehr, was ich holen könnte. Schade. Ah. Mein Glück, der ist gerade weg. Was hat denn da ne Uhr? Knarzt. Ist da oben noch irgendwas? Nö. Nö. Nur ne holle Uhr. Sorry nicht. Ei, 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 ei. Oh. Soll ich die Tür aufkriegen. Am besten, wenn die hier Glocken gehen, ne? Dann kriegt er vielleicht nicht mit. Ah. Wieso ist er noch nicht gerannt? Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Rennen, 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 rennen. Oh, Uhren. Jede Menge Uhren. Ähm. Büchertürme. Keine Lampe. Komm hier gar nicht hoch. Ja, dann muss ich auf die Bücher hochklettern, ja? Vielleicht ein Klavier. Auch sehr toll. Muss ich hier drüber her springen. Ah. Kann man die Bücher hier gerade hochklettern. Auch schön. Wie ist eine Kerze. Und jetzt? Muss ich jetzt auf der Klavier springen. Dann denke ich mal wieder da dran. Dann ab nach oben. Ah, das ist ja schon wieder. Geh weg. Keine Zeit für sowas. Dann muss ich noch so ein Hebel nötig. Soll ich hier einen Hebel finden? Nee, ist auch nichts. Ja, mach mal hier hoch. Darauf ist eine Kerze. Die machen wir auch noch an. Nein. Nein. Ja, die Kerze anmachen. Ist da noch so eine Puppe noch? Nee. Und unten ist auch noch eine Kerze. Ja, dann, äh. Mal gucken, wenn wir wieder hinkommen. Ohne was runterzuschmeißen am besten. So, hier ist auch noch eine Kerze. Die müsste ich normalerweise auch noch anmachen. Irgendwie. Ja, mal hier durch. Da haben wir das Ding. Irgendwie noch mehr. Mitnehmen kann. Kommen wir irgendwie hoch. Ein bisschen klettern hier. Ist aber auch nichts mehr. Ja, ich denke mal, wir müssen den Fernseher anmachen. Dann hat er Dinge daneben. Und dann macht er die Tür auf und dann können wir raus. Die Musik, ey. Voll ja. Komischer Sound. Nein, was hat mir nicht gehört. Macht den Fernseher aus. Nein. Oh Mann. Wie ist... Ich glaube, das war zu früh. Ich muss also warten, bis der am Fernseher ist, glaube ich. Dann warten wir mal eben, bis der am Fernseher ist. Und dann, äh, sollte man das hinkriegen. So eine Kerze, die wir auf jeden Fall anmachen. Ah, guck mal, er ruhen schafft. Komm ich auch nicht rum. Muss ich mich jetzt beeilen, oder, äh, guckt ihr da weiter Fernsehen? Ah, ich glaube, ich habe hier noch oben. Nein. Ach, scheiße. Ich hätte direkt drüber her springen sollen. Wir müssen noch jemanden anlaufen. So Mist, ey. Und nochmal. Echt? Kleine Flüchtigkeitsfehler. Nein. Och Mann, ey. Ist ja gerade auch direkt zum Fernseher gegangen. Und nochmal. Oh, jetzt aber hier. Könnte nicht so schwer sein. Endlich schon fast geschafft. Na komm. Das will ich nicht so lange warten, Mann. So, jetzt wird es aber nicht mehr. Will ich nur hoffen, dass die, äh, Kerze. Ist die noch an? Ja, die ist sogar noch an. Das ist ja mal was. Wunderbar. So, hier einmal durch. Zack. Das Ding da rein. Das Ding da rein. Willkommen. Ich kann mal schon wieder an. Ich habe ihn gerochen. Och Mann, ey. Wieso? Ich drücke auf die scheiß Tasse und der springt nicht, wa? Mann, 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 Mann. So, zum letzten Mal jetzt aber hier. Drück den Knopf. Junge, 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 ey. Wo bleibt denn jetzt? Los, weg. Los, weg. Ich kann sogar schnell rennen damit. So, und diesmal ohne abzustürzen. Ich muss nochmal durchkommen. Komm wieder zurück. Oh, Mann, ey. Der war schon wieder nicht hingehauen. So. Jetzt aber. Irgendwas zu holen. Seht nicht so aus. Dann, äh, gehen wir hier rein. Und, äh, landen jetzt irgendwo. In was dunklen. Wo ich auch nicht weiß, wo der jetzt weitergeht. Sieht auf jeden Fall nicht gerade sehr einladend aus. Und, äh,icky. Vielen Dank.